Hallo meine Lieben! Wie in meinem letzten Video angekündigt, gibt es heute das Video dazu, zu den vorbereiteten Fußnagel-Tipps, die ich jetzt einmal mit Acryl, also Pulverflüssigkeitssystem, an meine Zehennägel anbringen möchte. Und ob das so gut funktioniert, wie ich es erwarte, das sehen wir jetzt gleich zusammen im Video. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, also seid live dabei bei meinem kleinen Experiment. Viel Spaß dabei! Zunächst einmal muss ich Altmaterial von meinem großen Zehennagel entfernen. Hierzu kann ich euch einen Fräser von JC Master sowie die Bits empfehlen. Auch einen Rabattcode blende ich euch hier einmal ein. Genauso wie bei den Fingernägeln muss man die Fußnägel gründlich vorbereiten. Das heißt, auch hier muss ich die Nagelhaut etwas zurückschieben. Seid hier schön vorsichtig, falls ihr sehr empfindlich seid. Ich habe auch an den Füßen Himmelfahrtsnägel, das heißt, dass meine Fußnägel auch so Skischanzenartig nach oben zeigen, weshalb ich den Nagel wirklich sehr kurz gestalten muss. Das mache ich hier einmal mit so einer Holzpfeile. Mit der 180er-Grittseite entferne ich eben das freie Nagelende und gestalte dieses, so kurz es eben nur möglich ist. Seid aber bei euren Fußnägeln vorsichtig, rundet die Ecken nicht an, denn die können einwachsen. Ich bin zwar keine Fußpflegerin, aber das ist so ein grundsätzlicher Tipp, den ich euch geben kann. Mit einem Fräserbit mattiere ich jetzt einmal meine Nagelplatte an und entferne auch gleichzeitig die Nagelhaut an den Rändern und am Nagelwall. Soweit habe ich meine Fußnägel einmal vorbereitet, sodass ich jetzt eben die Tipps anbringen kann. Vorher nehme ich mir noch den Sticky Ultra Bond Primer und tupfe den auf meine Zehennägel drauf. Seid hier schön sparsam, also nicht zu viel verwenden. Bei Primer sollte man immer darauf achten, dass man eben nicht übertreibt. Jetzt habe ich mir Acryl, also Pulverflüssigkeit, genommen und habe die in den Tipp eingetragen oder aufgetragen, besser gesagt. Und jetzt werde ich gleich feststellen, beziehungsweise wir alle zusammen, dass das so gar nicht funktioniert. Ich habe wirklich sehr lange rumprobiert und sehr lange getüftelt. Hier seht ihr jetzt gleich, ich nehme das Acryl einmal, welches zum Glück noch nicht angehärtet ist, sonst hätte ich den Tipp nochmal komplett neu machen müssen, mit einem Pro Pusher raus. Hier habe ich es jetzt geschafft, die Tipps anzubringen in der Press-On-Technik. Und ich habe auch nochmal den Tipp vorher, vor dem Aufsetzen auf den Fußnagel, befeilt. Das heißt, ich habe ihn schmaler gefeilt, da die kleinsten Tipps aus der Box, die ich verwendet habe, wirklich, ja doch relativ groß sind für meine kleinen Mini-Fußnägel, beziehungsweise meine kleinen Nagelbetten. Und ja, das kann ich empfehlen, wenn euch die Tipps eben nicht passig sind, feilt euch die nochmal zurecht. Dadurch, dass ich Himmelfahrtsnägel habe, schiebt sich das Produkt immer sehr weit nach vorne, da ich dann viel andrücken muss, beziehungsweise nach hinten angedrückt habe. Dann habe ich herausgefunden, wenn ich etwas mehr Acryl auftrage, also auf den Tipp, von unten einfülle, und dann versuche eben nicht ganz so stark zu pressen, sodass das Material auch wirklich auf dem Nagel sitzen bleibt, dann hat es funktioniert und ich habe auch ein schnellhärtendes Liquid am Ende verwendet. Allerdings muss ich trotzdem sagen, dass es mir persönlich mit Acryl noch ein bisschen kompliziert ist, weil ich eben eigentlich eine Geltante bin, wie man so schön sagt, aber ich denke, wenn man den Bogen raus hat und vielleicht nicht gerade Himmelfahrtsnägel hat, so wie ich, dann dürfte das wesentlich einfacher sein und auch besser funktionieren. Beim großen Zehennagel habe ich dann festgestellt, dass der Tipp viel zu klein gewählt war und ich eben Ränder habe. Die habe ich dann eben mit Acryl aufgefüllt, da ich den Tipp nicht nochmal komplett abnehmen wollte, aber auch natürlich vermeiden möchte, dass sich dort Bakterien sammeln, dass irgendetwas einreißt und deshalb habe ich diese Lücke dann aufgefüllt. Jetzt müssen wir natürlich noch die Länge regulieren und diese kleinen Festhalteschnippis entfernen. Hierzu habe ich einen ganz klassischen Nagelknipser genommen, habe diese dann einfach vorne abgeknipst, also nur diese kleinen Halterungen und dann habe ich mir eine Pfeile genommen, wieder mit der 180er Grid Pfeile. Ihr könnt dazu natürlich auch einen Fräser nehmen zum Kürzen und habe meine Fußnägel entsprechend meinen Wünschen angepasst und die entsprechend gekürzt. So schaut einmal das vorläufige Ergebnis aus. Und jetzt im Anhang gibt es gleich noch einen kleinen Theorie-Teil, wie ich meine Himmelfahrtsfußnägel eigentlich hätte bearbeiten müssen oder sollen, wenn ich eben diese Press-On-Technik anwenden möchte. Was ich hätte tun müssen, anders als bei meinen Himmelfahrtsfingernägeln, dort funktioniert die Press-On-Methode eigentlich ganz gut. Mit Acrylic-Gel ist das sehr, sehr simpel, eben diese Press-On-Methode anzuwenden. Schaut gerne in meine verlinkten Videos rein. Allerdings bei meinen Fußnägeln dadurch, dass ich eine sehr kleine Fläche gerade an den kleinen Zehennägeln habe und der große Zeh wiederum so richtig stark nach oben zeigt, hatte ich eben das Problem, dass das Produkt quasi nicht hier hinten sitzen geblieben ist, so wie es hätte sein müssen. Es ist alles nach vorne geschoben worden, dadurch, dass ich hinten eben andrücken musste. Ansonsten hätte ich es eben so gestalten können oder machen können, dass ich in den Tipp von unten viel Material einfülle und den nur so drauflege. Da hätte mir allerdings nicht gefallen, dass ich hier hinten dann, also quasi in diesem Bereich, so ein starker Rand gebildet hätte. Und das hätte mich persönlich gestört. Und da ich das Design ja schon on top gearbeitet habe, hätte ich auch nicht nochmal nachfeilen können. Wobei ich das auch unbedingt vermeiden wollte, weil eine Fußnagelmodellage an sich selbst wirklich sehr anstrengend ist. Und ja, was ich aber hätte tun können, ist das Ausgleichen, indem ich, bevor ich mit der Press-On-Methode begonnen hätte, hier einmal eine ganz kleine Menge von Acryl aufzutragen, sodass ich eben diesen Bereich hätte ausgleichen können, damit ich eine ebenmäßige Fläche gehabt hätte. Die hätte ich noch einmal mit dem Fräser so ein bisschen befeilen müssen. Also ich sage, von der Draufsicht her hätte ich dann quasi diesen Teil einmal so ein bisschen aufgefüllt, sodass ich diese eben eine Fläche erhalten hätte. Und so wäre es dann auch nicht so schlimm gewesen. Also so hätte ich auch keine übermäßige Kante gehabt. Denn mit dem Press-On hätte ich sehr sparsam, also mit dem Material unter dem Press-On-Tipp, hätte ich sehr sparsam arbeiten können und den Tipp eben nur obendrauf legen müssen und hätte den nicht so weit nach hinten runterdrücken müssen. Also ich denke, so wäre es besser gewesen bei den Himmelfahrtsnägeln. Habt ihr gerade gewachsene Zehennägel, denke ich mal, sollte das keine große Sache sein, dort die Tipps so anzubringen, wie ich es im Video eben eigentlich vorhatte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das bei euren Fußnägeln so klappt, wenn ihr das ausprobiert habt. Das würde mich brennend interessieren. Außerdem würde ich auch gerne noch ein weiteres Video machen an meinem anderen Fuß. Würde ich gerne mit Acrylic-Gel arbeiten, denn das funktioniert meiner Meinung nach an meinen Fußnägeln vielleicht etwas besser. Also lasst es mich gerne wissen, wenn ihr dazu auch ein Video sehen möchtet. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Vergesst auch nicht die Rabattaktion, die nur noch bis morgen um 23.59 Uhr läuft. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten auf Instagram oder auch woanders, dann wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal einen ganz tollen Valentinstag. Egal ob mit Ciao!